Pssst, eben bappt er weg. Guck ich da an, ich schick hier nach, weil da hat der hier im Wald rumlaufen. Es ist wie die Katz um die Maus. Da oben in meinem Lieb hat er sich kum gemacht. Ja, dann ist er hier vorbeigehumpelt. Dann wisst ihr halt, halt, Nordkosanchen, lass ich ja alle hier. Gitte Knorpel und so. Boah, ich bin auch überall als Weltverpasser herum und so und mach jetzt schon. Ja, die Tatschi gehörten, die lief ja auch vor einem Hund, glaub ich. Und ich ist auch immer ein Held geworden. Da ist noch viel Leute mit dem Hund und so. Mich selbst inszeniert, so ein bisschen so. Wie geht es um da, ich weiß! Wie ist es? W